3 2 1 hallo liebe leute und willkommen zu einer weiteren folge ttt mit dabei ist wie immer der joshie hallo ist es so ruhig das ist eine sehr gute wo er denn es da die demnächst einst du dich das ist einst du dich was filmen auf dem ich glaube es ist joshie wo seid ihr denn ganz weit her geholt behaupte ich das mal also ich schieße jetzt einfach auf josh ne wo seid ihr denn alle Ah, ne, war jetzt ärgerlich. Ich hätte ne geile Waffebärde. Wo seid ihr denn alle? Ich bin euch echt nicht. Ist richtig gut. Ich finde den haben auch irgendwie keine. Oh Gott. Wo seid ihr denn? Was, ein grüner Mann? Ja, so ein komischer grüner Mann mit so einem komischen Zylinderkopf und... Oh nein, geh weg von dem. Oh, wir sind auch weg von dem. Ich bin gerade in einem Zimmer. Magst du nicht vorbei? Kommen, Josch. Scheiße. Warte, ist dir jetzt erst aufgefallen, dass wir auf dem Kopf sind? Josch, 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 Josch. Grüß Gott. Ach, Josch. Warum hast du Shiri getötet? Mensch, wo seid ihr denn? Ach, Joschi. Warum hast du das getan? Ich such euch auch schon die ganze Zeit. Oh, hier ist Essen. Schau dir den Dieter an, okay, nimmer. Das ist eine Map, wo ich mich verlaufen werde. Das ist eine Map, wo ich keine gescheite Waffe finde. Ich lauf hier die ganze Zeit im Kreis. So der anderen, ja. Ich suche ein Waffe. Okay, das geht. Das nehme ich. Ich habe ein bisschen Angst. Wir brauchen ein ganz kleines bisschen Angst. Ähm. Ich höre... Ich höre Schritte. Ich höre Meeresrausch. Joshi. Macht mich das jetzt nicht richtig? Nein. Ja, doch. Allein. Als ob. Du warst mit Shiri in einem Raum. Shiri hat dann auch noch gerufen. Also, Joschi hießt auch gerade auf mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Josch war. Ah ne, Mr. Moller. Lassi wollte ich. Au. Wo seid ihr? Joschi sitzt du, weil der da langlaufen ist. Er ist tot. Er ist tot? Schön. War doch nicht. Natürlich ist er nicht tot. Oh Scheiße. Oh nein. Oh. Warte, ist jetzt eine Explosion? Ich habe Angst. Warte, ist die jetzt wiederbelebt oder nicht? Oh nein. Wo bist du? Hä? Wieso? Komm mal her. Ich will nie. Hallo, komm mal her. Mal knudeln. Oh, ist tatsächlich tot. Hey, Milde. Ich will noch nicht. Ich will noch nicht. Ich hab… Hör mal meinen zweiten Kopfhörer. höre definitiv schritte oder hat aber nicht gehört ich habe mich auf dem klo die ganze zeit im kreis ich habe ganz genau die schritte gehört gibt es doch nicht kann doch nicht sein oh man was ist denn los hier wir sind bestimmt nur eine wand voneinander ja wirklich kann doch nicht sein und schon wieder bin ich hier super beschreib mal wo du bist ähm du darfst doch gerne tanzen ich bin draußen warte wenn du draußen bist ich bin draußen was du bist drin oh mein Gott das kann eigentlich nur eins heißen verdammt ist mich wieder hier ja mann wo bist du ich weiß nicht ich weiß nicht wie man hier runter kommt ich weiß nicht wie man hier runter kommt gleich ist die runde vorbei wie lang hast du denn noch eine minute das geht das geht ja noch das geht ja noch mann mann jetzt bin ich weiß jetzt bin ich auch draußen jetzt bin ich auch draußen ich auch ich will dich erfinden ich will dich erfinden also wenn du in den himmel starrst welche wolkenformationen siehst du ich bin drin ich bin drin mann so wird das niemals ja hier sind leichen ja hier sind leichen eigentlich nix interessantes zerbrochen es sind noch ein paar leichen ich hab so gehofft und dann nö den defi ignorier ich auch der der entgelegt nicht bist du am ende noch explodiert joshi äh ja ich hab gleich mehr dran gedacht dass ich sie gekauft hab ich hab ach so ich hatte halt ein paar credits übrig direkt deswegen hab ich auch die detektiv noch geholt gehabt ja ja würde ich auch sagen detektiv wer ist da oh so detektiv also detektiv ich hab die beste waffe im spiel die mc10 geil ja die ist oh yeah die ist nicht nur schwach sondern auch langsam in der schussrad hä was willst du die müllbeutel mitnehmen achso ne 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 aber es aber kann man die mitnehmen nein ne das war overwatch brenn sie mal an ne mach das achso kackel den müll ab ok mach das oh warte mal dann muss ich mich dazu stellen ok ok warte wie war das nur Trader können den fahrstuhl benutzen den fahrstuhl kann man benutzen was es gibt einen fahrstuhl es gibt einen fahrstuhl es gibt einen fahrstuhl es gibt einen fahrstuhl watson hier ist blut das ist ein tata 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 dreht und hat woher jetzt geht Ich geh jetzt, bin zufrieden. Ich hol jetzt den Waal. Den Waal, den Waal, den Waal. Du hast immer eine Waal. Ach, ich hab draus nur die Waal. Da ist Blut. Eins, zwei oder drei. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht eingeht. Wer hat geschossen. Ich hab schon wieder Schüssies gehört. Ja, sie auch. Oh, jetzt wurde... Wer war das? Ich bin in den Pool. Hast du schon wieder einen Schlaganfall oder was? Ja, bei der Elektrizität gerade, ja. Ich war im Pool und... Aua! Hab den Waal geholt und jemand hat das Elektroding angemacht. Warte, ich bin bei dir. Wer ist einer? Ach, das geht dauerhaft. Ich weiß nicht wie lange. Aber ich glaube nicht ewig. Wer ist da gerade? Ich hab immer gedacht, da würde irgendwas cooles passieren. Wer war das da gerade? Ey. Ich will da nicht rein. Nein, ich will da nicht rein. Nein, ich wurde angeschossen. Irgendjemand ist da oben. Ich hab gesehen, dass da oben einer war. Okay, Moller. Wie kriegen wir jetzt den Waal hier raus? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Warte mal. Kann ich hier drauf? Ja, wo seid ihr? Warte mal. Ich bin irgendwo oben. Ich will Bademeister werden. Ich will Bademeister werden. Ich bin bei der Küche. Oh, lecker essen. Moller, ich will jetzt Bademeister. Ich bin schon wieder am Trähtor. Ach so, ich häng fest. Ich häng fest. Oh, das ist nacka. Oh mein Gott. Danke. Du hast mir das Waffendack gezeigt. Ja, gerne. Immer doch. Wo ist das hier? Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Wo ist das? Was für ein Lager? Du gehörst hier von einem YouTube-Mann, die immer auf dem Sonnendeck gammeln, ne? Wo ist das? Was für ein Lager? Unten im Schiff. Boah, du bist doch richtig tot. Hier. Wo? Ähm, da. Warte, Moment. Oh Gott, jetzt habe ich dem Traitor aus Versehen geholfen, jetzt kommt. Du hast ne Pistole, okay. Genau. Nein, das ist keine Pistole. Ey, ich meine, du hast eine Pistole. Was? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Alter, ich komme nicht mehr raus. Oh, die kann man die Haas kaufen. Ey! Du fliegst doch gerade. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Shiri so ist. Yoshi, komm ich nicht mehr raus. Warte. Wo kommst du her? Okay, Dumps. Ja, ich habe endlich mal geschafft, die Haas zu finden. Voll cool, wa? Alter, der Wahlschwengel kriegt mich auch nicht hier raus. Was soll denn? Wo seid ihr denn? Wo ist der Wahl? Dumps schießt auf mich. Wo ist der Wahl, sagt sie. Wer schießt wo? Doch, was? Hey. Molly Maus, wir haben keine Wahl. Doch, wir haben wohl eine. Ich glaube, wir sind alleine. Die Dumps. Glaubst du? Verdammt. Nein, nein, komm. Nein. Nein. Warte, warte, warte. Warte. Ich krieg ihn draus. Okay, okay. Oh. Ich kann ihn als Schutz... Oh, ich krieg ihn draus. Alter, ich kann ihn als Schutzschild benutzen. Ich glaube, man treibt mich nicht drauf. Oh, ich krieg ihn draus. Oh, ja. Oh, ich krieg ihn draus. Oh, ja. Oh, ja. Ich schütze dich. Die kommen. Okay. Okay. Come on. Ich glaub, ich hab mein Back... Mein Fadenkreuz ist rot. Oh. Ja, komm doch her. Wo seid ihr denn? Im Gefängnis? Ja, genau. Seid ihr im Gefängnis? Ja, genau. Ich bin auf der Krankenstation. Krankenstation. Ach, Mann. Leif, kannst du mal was machen? Ich hab ja schon G-Jigs getötet. Mann, diese Tees sind solche Noobs, oder? Ich krieg mich hier gar nicht durch. Weißt du, die rennen die ganze Zeit rum, obwohl man hier schön entspannt irgendwo festglitchen kann und sich nicht mehr bewegen kann. Was? Ich kann mich seit zwei Minuten nicht bewegen. Oh, hi. Oh, Mann, ich hab ein Leck. Ähm. Oh, mein Gott, hab ich ein Leck. Oh, Mann. Ja, wo ist er denn? Ach, da. Verdammt, warum musst du da landen? Weißt du? Das heißt, du tötest mich immer. Jedes Mal. Ich glaub, dass du den Reißengen getötet hast. Ja, ich hatte den Reißengen getötet. Ich habe halt auch zu dem gleichen Zeitpunkt noch auf die Chancen. Ich hab Schiri so hinterrücksen gemordet. Ja, richtig fies. Du Halunke. Du Halunke. Mensch. Äh, warte mal. Ach so. Hier geht's lang. Hä? Die Tür geht auf? Okay, gut. Ja, Türen gehen auf. Ja, aber die haben Türen so für sich. Haha, diesmal krieg ich den Wald vor dem, dass irgendein Traitor so einen Scheiß machen kann. Komm, Schiri. Oh, Schiri. Oh, Schiri. Schiri, komm. Nein, ich vertraue dir nicht mehr. Seit letzter Runde vertraue ich dir nicht mehr. Seit letztem Mal vertraue ich dir nicht mehr. Haha. Ich folge gerade Twitter-Shop-Eröffnungen. Hallo, ich bin die Türen. Hallo, ich bin die Türen. Oh, Mann. Oh, dieses Reißengen, das klingt ziemlich böse. Hab ich wieder Scheiße gebaut? Nein. Wieder. Vertrau mich. Ja, meistens, wenn so etwas passiert, habe ich Scheiße gebraucht. Mein Weilort. Schiri. Was ist los? Da gibt's Donuts. Geil. Nein, komm mit. Ich bleibe hier. Oh, Mann, Schiri. Was, Donuts? Name, Adresse. Das ist nicht ausgefüllt. Ich will auch. Oh, ja. Unter dieser Dusche dann. Unter dieser Dusche. Geh rein, komm. Geh rein. Lass mich raus. Lass mich raus. Hi. Schalt ihr denn, meine Kleinen? Nein, wir werden jetzt hier liegen in Ruhe. Komm. Komm. Geh schön. Komm mal her, meine Kleinen. Geil. 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 Boah, 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 boah. Oh. Guck mal, ich habe schon gedeckt. Oh. Yoshi hat einen Stoss von sich gegeben. Oh, noch einen. Oh, noch einen. Oh, noch einen. Ey, warte, das war hier. Ne, warte, das war nicht hier. Oh, ein Schlafzimmer. Alter. Geh los. Oh. Au, 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 au. Heiß. Au, 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 au. Feuer. Wo ist die 4? Da ist die 1. Yoshi. Die 4. Was? Yoshi, wo? Dann gehen wir in die 1. In die 1. Okay. Du zuerst. Komm rein. Mach die Tür dazu. Oh Gott, ich will nicht in dem Zimmer sterben. Mach die Tür dazu, komm. Komm mit, wir müssen uns erst duschen gehen. Hieb nicht die Seife auf. Oh, da ist mir die Seife leider hingefallen. Hieb sie nicht auf. Kannst du die Piepze aufheben? Was heißt denn alles? Oh mein. Nein, Schiri, ich rette die Kiri. Hallo. Mann, Kiri, ich bin hier. Bleib hier. Wie gibt's denn hier zu duschen? Schiri, ich möchte nicht, kann ich mich von der auseinbar machen. Wir sind die letzten beiden Innocence wahrscheinlich, also. Echt jetzt? Ja. Nein, ich bin auch noch da. Alive ist auch da. Alive? Ich bin noch da. Also irgendwie, ich glaub. Okay, jetzt sind wir wirklich alleine. Alive, du musst dich identifizieren, wenn du die Leute umbringst. Das ist so dumm. Ja, nur Josh weiß, wer der andere Tee ist und wir werden das wohl nie erfahren. Bin bestimmt nicht live. Und da ist kein Ruhe da unten. Ja, nicht vor einer Minute 40. Guck mal, da unten ist bestimmt kein Ruhe. Und da ist live. Geh weg, Schiri, ich kann mich schießen. Scheiße, 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 scheiße. Kann ich jetzt nicht mal früher sagen, dass da live Tee ist? Ich kann mich so schütteln. Du sagst ja, allein ist Tee, auf einmal bin ich tot. Ja, danke. Ich kann mal sagen. Warte. Dann schaut doch mal bei den anderen vorbei. Und. Duschen, duschen, duschen. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald und tschüss. 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 Tschüss.